Mein Name ist Andreas Buhr und ich bin Unternehmer, Redner und Autor. Autor unter anderem des Buches Vertrieb geht heute anders, jetzt mit dem Untertitel das Ende des Verkaufens. Die achte völlig überarbeitete neue Auflage des Klassikers Vertrieb geht heute anders. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Nun, weil ich Verkäufer bin und möchte, dass es dir als Verkäufer leicht gemacht wird, Kunden zu finden und Kunden zu binden, weil ich gleichzeitig auch Kunde bin und weil ich es dir als Kunde leicht machen möchte, bessere Entscheidungen für Produkte und Dienstleistungen zu treffen. Für wen habe ich dieses Buch geschrieben? Vertrieb geht heute anders, für jeden, der verkauft und für jeden, der kauft. Oder mit anderen Worten, für Menschen, die kommunizieren und Interessen erfolgreich umsetzen wollen. Und was ist der Nutzen des Buches? Nun, ganz einfach, wenn du das Buch gelesen hast, bist du ein besserer, wirksamerer Verkäufer. Du weißt als Kunde, warum und weshalb du bestimmte Kaufentscheidungen getroffen hast oder eben nicht getroffen hast. Mit anderen Worten, es verbessert die Erkenntnisse auf allen Ebenen. Aktuelle Tools, alles drin. Und ich freue mich, wenn auch du hinterher feststellst, dass Kaufen lassen das neue Verkaufen ist. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen, bei den Erkenntnissen und noch viel mehr bei der Umsetzung. Und wenn du das Buch bei Amazon kaufst, dann schreib eine Rezension. Und mein Angebot, die drei hilfreichsten Rezensionen, bekommen von uns umgehend ein Buchpaket geschickt. Ich freue mich. Ich freue mich.